Wokot? Wokot? Totz? Totz? Jetzt Portugal. Yo Bratkus, was geht ab? Ich bin wieder back auf diesem Kanal und ich will, dass wir alle Welle machen. Lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Wie viele Likes sollen wir schaffen, Digga. Ich war lange nicht auf diesem Kanal aktiv. Ich wäre zufrieden mit 50 Likes, wenn wir das schon schaffen. Und alle in die Kommentare. Ja, wo der Armee? Wer will, Digga? Ich liebe dich! 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 Ja! Sie sind geistig behindert. Oh mein Gott! Yes! Ja, wir gehen rein. Ich hab ein gutes Gefühl, Digga. Ich bin gespannt, was kommt. Ich bin gespannt! Wir beruhigen uns alle. Wir beruhigen uns alle. Okay? Wir beruhigen uns. Okay, Bratkus, wir sind live auf Twitch. Ich will der Tronaldo. Ich will der Tronaldo. Drei, zwei, eins. Come on, Baby! Come on, Baby! Ey, Muriel, 93er, geht klar! Tadich, wir nehmen Muriel, 93er. Ist okay, ich bin zufrieden. Kommt auf Twitch live jetzt. Jebo de Marco Aibo. 93er ist okay. Muriel sieht gut aus. Ich schwöre, der sieht gut aus. Der sieht Maschine aus. Wie viel kostet der Jungs? Ganz schnell einer Update sagen, was der kostet. Wunder für mich gar kostet. Ist okay, Digga. Vielleicht für Balkan-Team? Nee, war das. Kein Sinn. Wann machen wir Balkan-Team mit Jebo de Tata? Jetzt die A's draußen. Sind eigentlich Balkaner drin? Scheißegal, die machen das schon irgendwie. Jetzt kommt Ronaldo. Ich hab's im Urin, Digga. Ich hab's einfach im Urin. Wann streamst du immer? Donnerstag, Freitag, Sonntag, safe. In der Woche werden wir jetzt auch anfangen zu streamen. Come on, Baby! Ich will Bälle! 3 2 1 Bitte, Aeronaut, du bitte! Schon wieder, Muriel? Verarscht ihr mich? Das kann nicht sein! Was sagt ihr? Den könnte man eventuell noch einbauen. Mit Robben und so. Ja, ja, stimmt. Der sieht gar nicht so kack aus. Guck mal, boah, der hat eigentlich gute Werte. Der kostet 3K bestimmt. Egal, wir nehmen den mit, Jungs. Wir gehen weiter. So, hier sind Baba-Packs. Also, ihr seht, es sind eigentlich nur gute Packs grad da. Was sagt ihr, Jungs? Wir gehen in die Wette. Ziehen wir einen Tots. Nur einen. Das ist die Wette. Heiß! Ihr seid heiß! Wir alle sind heiß! Einmal! Kein Walkout, kein Walkout. Ich bin Walkout! Es gibt so viele Tots. So viele, Digga. So viele. Jetzt! Es ist! Es ist blau, blau, blau. Es ist nicht blau, es ist nicht blau. Es ist nicht blau. Wer ist es? Barat? Oh, Laporte! Kein Walkout. Nee! Kein Walkout! Kein Walkout. Baumann, Digga. Steck dir, Baumann. Sowas sonst. Digga, ich bin fast gestorben. Jetzt ist es soweit. Ich hab's im Kudaz. Im Kudaz ist es, dass es jetzt ein Tots ist. Oder nicht? Digga, warum können die nicht, Jungs? Alle, die neu sind. Falls neu da sind, Digga. Abonniert diesen Dreckskanal hier. Wir wollen hier auch mal wachsen. Es ist, wie es ist. Wir müssen auch mal ehrlich sein. Weißt du, wie ich meine? Nee. Von nichts kommt nichts, Digga. Warte, Atza, jetzt im letzten Pack. Deine 5K sind nicht weg, Bruder. Guck doch jetzt. Jetzt kommt der Walkout. Jetzt kommt's. Jetzt kommt's. Chatpack. Wir hatten lange kein Chatpack. Einmal. Komm on, schreib rein. Komm on, schreib rein, rein, rein. Hab ich schon gezogen? Was ist das? Du warst gut. Hab ich schon gezogen? Ich weiß nicht. Abo, 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 Abo. Ich guck doch nicht. Ich guck jetzt in den Chat. Jetzt könnt ihr schreiben, los. Mieser CR7. Nee, ist das einfach nicht. Walkout. Okay. Pili. Pili. Ja, Mamo bei mir. Ja, Wolfgang Totz. Ach, komm, Digga. Ist aber ein Totz. Wer ist das denn, Digga? Junge, das ist so einer, der grad auf Baustelle... Geh so... Er war grad auf Baustelle, Bruder. So sieht's aus. Celo, Digga. Einfach kurz Celo gezogen. Jungs, seid ihr ready? Come on, Baby. Alle Welle, Digga. Ihr müsst jetzt gönnen. Ihr müsst jetzt gönnen. Wir gehen rein. Wir gehen rein. Es ist jetzt Ronaldo. Und dann ist es ein wunderschöner Tag. 3, 2, 1. Welcome in my team. Bruh. Wollt ihr mich weh? Einfach von guter Laune auf. Wir haben noch ein garantiertes Totspack. Okay, ich spand euch. Seid ihr ready, Mann? Cristiano, kommst du bitte? Kommst du bitte? Bitte garantiertes Totspack Serie A. Wir gehen rein, Digga. 3, 2, 1. Game on, Baby. Portugal, bitte einfach Portugal. Einfach Portugal. Italien. Torwart Donnarumma. Du Schwanz! Du Schwanz! Ich schwöre, ich habe mich graviert. Ah, ah, Metall. Nichts gut, Metall gegen den Finger. 2, 1, bitte. Bitte. Lacroix. Scheiß auf Lacroix, Schwede. Ist okay. 1, wir gehen mit Müller. Scheiß drauf. Ach, du bringst dich. Dann nimm mal Müller mit sofort. Ja, ist okay. Ist okay, oder? Komm. Rene, du Tots. Warte, wir warten auf den Drop. 3, 2, 1. Come on, Baby. Bitte einmal. Einmal, einmal. Workout. Workout. Tots. Tots. Jetzt Portugal. Bang him. Ey. Mertens. 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 Ey, der müsste was wert sein. Der ist krass, Bruder. Der ist krass. Guck mal, seine Werte. Du kannst eh nicht verkaufen aus diesem Pack. Aber Mertens. Ist der was wert? Das hat sich schon lange nicht den Tanz. Sie sind geistig behindert. Ich bin zufrieden. Eine Million. Eine Million ist der wert. Oh mein Gott. Ja. Wer gönnt? Oh mein Gott, was könnte noch dahinter sein? Nicht viel, wa? Doch, Junge, das 95er kann alles dahinter sein. Ja, bei Ronaldo zum Beispiel nicht. Den kann man safe. Oh, okay, jetzt kommt, jetzt kommt. Mal gucken, was jetzt kommt. Oh mein Gott, bitte. Oh, drei Tots. Teste eben Pogba. Digger. Otavio. Meinte ich nicht, das Pack ist wild? Krank, Junge, dieser Mertensjunge. Er kostet... Ich such dir Erfolg im Leben. Brate, ich such dir echt Erfolg. Digger, er kostet 1,2 Mio. Mertens, Bruder. Oh mein Gott, Digger. Ey, falls ihr das mal wiederholen, lasst doch mal ein Like und Abo da, ihr fetten Geier, Mann. Einfach mal nochmal Ehrendivise. Einfach mal gucken, was rauskommt. I don't know. Oh nein, oh nein, nicht den Glatzkopf schon wieder. Ach, nö. Nö, Digger. Nö, Digger. Ey, Jungs. Das war's mit dem Stream und wahrscheinlich auch mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Und kommentiert fleißig. Wie gesagt, wir waren die 5 Likes. Macht ihr Schwelle. Busschkuren. Yes. 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 Yes.